So, schön, dass ihr heute hier seid und wir gemeinsam den Gottesdienst erleben können. In der aktuellen Zeit ist es ja nicht ganz selbstverständlich. Wir schauen gespannt auf die Situation in Deutschland und in der Welt und beten, dass der Herr uns einfach hindurch führt und dass er in dieser Zeit auch einiges wirkt. Wir haben heute den Gottesdienst unter das Motto gestellt, Anbetung als Lebensstil. Und diese Predigt, sie geht zurück auf ein Treffen, das wir im August hatten mit allen, die hier in der Musik beteiligt sind in der Gemeinde. Wir haben uns mit den Bands zusammengesetzt, so um die 20 Personen insgesamt und die, die sich mit Musik auch beschäftigen und da mit dabei sein wollten. Und wir haben darüber gesprochen. Wie können wir das denn mit der Anbetung in unserer Gemeinde fördern? Und da kamen einige Maßnahmen heraus, die schon in den Bands vorhanden sind. Wir haben einiges angepackt, Dinge vielleicht auch etwas anders gemacht. Aber wir haben gesagt, es ist auch wichtig, mal über das Thema zu predigen. Und deshalb ist auch heute dieses Thema angesetzt, damit wir genau mal auch als Gemeinde darüber nachdenken. Denn Anbetung ist nicht etwas, was irgendwie von vorne kommt, sondern das betrifft uns alle. Anbetung sollte etwas sein, was ganz tief in unserem Herzen verwurzelt ist und ein echter Lebensstil, den wir führen. Kindergeschichte. Ach so, ja. Kindergeschichte. Ui. Kinder, ihr könnt alle in die Geschichte raus. Dankeschön, Karl, für das Zeichen. Habe ich nicht ganz verstanden am Anfang, aber... Viel Spaß, Kinder. Kommt später wieder dazu. So, und hier oben gibt es die Erwachsenengeschichte. So, also, und wir haben diese Predigt angesetzt, damit wir alle mal über Anbetung nachdenken. Was bedeutet das in deinem und in meinem Leben? Wie lebe ich Anbetung zu Hause? Wie leben wir als Gemeinde Anbetung, wenn wir hier in den Gottesdienst zusammenkommen? Und den besten Text, den man sich da anschauen kann dafür, ist das große Halleluja. Wie sollte es anders sein? Der Abschluss der Psalme, den Psalm 150. Er bietet den Höhepunkt, den wir in den Psalmen haben. Die Psalme, sie sind ja ein einziges Lob an Gott. Und dieser Psalm 150 spielt eine besondere Rolle, weil er alles in allem zusammenfasst und zu einem Lobpreis Gottes aufruft. Und ich möchte einmal lesen aus Psalm 150, den ganzen Psalm. Wie soll es das anders sein? Dort steht, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit, lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Hafen, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Seiten und Pfeifen, lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Also wenn man sich da hinein vertieft, was hier gesagt wird, dann erfüllt das das Herz. Und das versuche ich mal heute zu erreichen in dieser Predigt. Dieser Psalm 150, der wird auch das große Halleluja genannt und er ist wie gesagt der Höhepunkt der Psalme, der Höhepunkt der Anbetung Gottes in diesen wunderbaren, zusammengesetzten Büchern, Liedern und Gebeten, die wir in der Bibel finden. Und es ist fantastisch, wenn man darüber nachdenkt, was wird hier ausgesagt. Und ihr habt es gemerkt, ich habe es auch markiert, lobet ihn, lobet ihn, lobet ihn, lobet ihn. Halleluja, lobet Gott. Und er endet mit den Worten, lobe den Herrn, Halleluja. Das ist so eine Inklusion, nennt man das. Also das heißt, er fängt mit bestimmten Worten an, endet mit anderen Worten und dazwischen ist alles wichtig und wir hören die ganze Zeit, lobet ihn, lobet ihn, lobet ihn, lobet ihn, lobet ihn. Und dazu wollen uns die Psalme einladen. Gott zu loben und zu preisen. Warum? Weil Gott es einfach wert ist. An Betung steht Gott zu, weil er der Schöpfer der Welt ist und an Betung steht nur Gott zu. Und wir wollen das als Gemeinde auch so leben, dass wir sagen, ja, Anbetung soll ganz groß sein in unserem Leben, aber Anbetung, die ist nur nach Gott ausgerichtet. Nicht nach Heiligen, auch nicht nach Engeln. Gott alleine empfängt Anbetung. Engel nicht, also nimmt keinen Kontakt zu irgendwelchen Geisteswesen oder Verstorbenen in der jenseitigen Welt auf. Die Bibel warnt davor. Sie sagt, wenn wir Kontakt aufnehmen in die jenseitige Welt, dann ist es immer oder dann ist das Ziel immer Gott. Als Johannes vor dem Engel niederfällt in der Offenbarung, sagt er, tu das nicht, bete Gott an. Und auch die Apostel, als sie verherrlicht wurden, weil sie so große Wunder getan haben und man hat gesagt, hey, jetzt sind die Götter zu uns gekommen, haben sie gesagt, nein, 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 davon wollen wir gerade weg, betet Gott an. Es gibt nur ein Beispiel in der Bibel, wo jemand Kontakt in die jenseitige Welt aufgenommen hat zu einem Verstorbenen, sogar zu einem ganz großen Heiligen, nämlich den Richter Samuel. Das war der König Saul und Saul wurde dafür bestraft. Samuel sagt ihm, was tust du? Kontakt in die jenseitige Welt soll sich immer nach Gott ausrichten. Er ist der Einzige, zu dem wir Kontakt aufnehmen sollten. Er ist der Einzige, der wirklich Anbetung empfangen soll. Aber das mit höchster Konzentration und mit allem, was wir sind, sollten wir Gott anbeten und groß machen. Warum? Weil er es wert ist. Das macht ihn groß in seiner Schöpfung und es zeigt auch uns immer wieder neu, wer Gott wirklich ist. Manchmal fällt es uns nicht so leicht und darauf werden wir dann im Laufe des Psalmes noch eingehen. Aber Anbetung soll Teil unseres Lebens sein. Wir haben in den Psalmen unterschiedliche Themen, die betrachtet werden. Es gibt Klagepsalme, es gibt Bittpsalme, es gibt Wallfahrtspsalme, die man gesungen hat, wenn man sich auf dem Weg nach Jerusalem gemacht hat. Es gibt Königspsalme. Es gibt aber auch ganz viele Lobpsalme, die das zum einzigen Thema gesetzt haben, Gott zu loben und zu preisen. Und dieser Psalm 150, er stellt hier den Höhepunkt dar. Anbetung, sie steht Gott zu. Und der Psalm wird uns einladen, dass wir genau das tun, dass wir Gott anbeten. Und Jesus hat es auch gesagt, als der Teufel ihn versucht hatte und gesagt hat, kriegst du alles, was du willst, Jesus, wenn du mich anbetest, dann sagt Gott nein, sagt Jesus nein. Gott ist auch richtig. Dann sagt Gott, dann sagt Jesus nein. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Nur ihm gebührt Anbetung. Schadrach, Meshach und Abednego, die Freunde Daniels, die sind vor dem Standbild nicht niedergefallen. Die hätten ja auch sagen können, naja gut, mache ich mal so ein Zwischending. Ich falle mal einfach nieder vor dem Standbild, weil sonst die Todesstrafe auf mich wartet und ich bete aber Gott an. Aber die wussten schon dadurch, wenn sie vor etwas niederfallen, drücken sie eigentlich Anbetung diesem Standbild gegenüber aus. Und es ist ein herrliches Bild, wenn man das in Kinderbüchern nachschlägt, dass alle niederfallen vor dem Standbild und drei junge Männer stehen da und sagen nein. Anbetung Gott alleine. Wenn ihr uns in den Feuerofen schmeißen wollt, was auch immer, tut das. Aber wir werden nur Gott anbeten und nur vor ihm niederfallen. Und das bezeugen wir bis in den Tod sogar, weil unser Gott mächtig ist und er alleine soll angebetet werden. Und das ist eine Einladung, weil es eine Botschaft der ganzen Bibel ist, die ihren Höhepunkt hier in diesem Psalm 150 findet. Aber es ist eine Botschaft der ganzen Bibel. Bete Gott an. Lobe ihn, deinen Schöpfer und deinen Retter. Mach ihn groß in dieser Welt und in deinem Herzen. Und dann wirst du einen anderen Blick haben auf die Dinge des Lebens. Der Psalm ergeht auf wichtige Fragen ein, die man sich in Verbindung mit Anbetung stellt. Nämlich die erste Frage ist, wo soll ich Gott loben? Die zweite Frage ist, wofür soll ich Gott loben? Die dritte Frage ist, wie soll ich Gott loben? Und die letzte Frage ist, wer soll Gott loben? Und genau diese Fragen werden nach und nach hier in diesem Psalm beantwortet. Wir steigen mal ein, wo soll ich Gott loben? Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Wenn das Alte Testament von Heiligtum spricht, dann meint es immer den Tempel, den Ort, an dem Gott zugesagt hat, in einer ganz besonderen Gegenwart dort zu sein. Als Israel aus Ägypten herausgezogen ist, dann hat Mose den Auftrag bekommen, ein Heiligtum zu bauen. Das war zur damaligen Zeit ein Zelt, die Stiftshütte und das sollte ein Abbild eines himmlischen Heiligtums sein. Das sollte er hier auf dieser Erde bauen und dann gab es in dieser Stiftshütte ein Allerheiligstes. Dort war die Bundeslade und in dieses Allerheiligste durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr hinein und sonst niemand. Später hat der König David dann gesagt, das kann doch nicht sein, ich wohne hier in einem Palast. Gott wohnte in einem Zelt und er hat einen Tempel bauen lassen und dann wurde das ganze, also der ganze Inhalt der Stiftshütte in dieses Gebäude übertragen und Salomo, er drückt das eigentlich schon aus bei der Einweihung des Tempels. Er sagt, hä, wie kann das sein, dass Gott in einem Gebäude wohnt? Die ganze Schöpfung kann Gott nicht fassen. Wie sollte er in einem Gebäude wohnen? Und tatsächlich ist es so, Gott ist allgegenwärtig. Aber was Gott gesagt hat, ist, dass er in einer ganz besonderen Art und Weise in einer ganz besonderen Gegenwart dort sein wird, im Allerheiligsten. Dort kann man ihn auf ganz besondere Art und Weise begegnen. Und jetzt ist Folgendes passiert, als Jesus auf diese Erde kam und als er am Kreuz starb, dann ist, dann wird uns berichtet von den Evangelien, dass im Tempel der Vorhang in zwei gerissen wurde. Der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligen getrennt hat. Und plötzlich war der Zugang da. Der Weg war offen ins Allerheiligste, weil sich im Reich Gottes etwas verändert hat. Das Reich Gottes war damals so aufgebaut, Israel verwaltet das Reich Gottes und der Ort der Anbetung ist konzentriert im Tempel. Man kann ihn auch an anderen Orten oder man kann auch Gott sonst finden im Gebet, aber konzentriert im Tempel. Und als Jesus auf diese Erde kam, hat er das Reich Gottes genommen, weg von Israel hin zu allen Völkern, alle, die an Jesus glauben, die bauen heute Reich Gottes. Und das Reich Gottes, so sagt es die Bibel, ist in unserer Mitte. Jesus sagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen, dann bin ich mitten unter ihnen. Und das, was damals das Heiligtum war, ist heute die Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn die Gläubigen, wenn Gottes Kinder zusammenkommen, dann ist Gott in ganz besonderer Art und Weise unter ihnen. Er ist gegenwärtig. Also wenn wir davon sprechen, dass hier gesagt wird, lobet Gott in seinem Heiligtum, dann können wir das heute übertragen auf lobet Gott in eurer Gemeinschaft. Das ist Heiligtum. Das ist der Ort, an dem Gott zugesagt hat, ganz besonders gegenwärtig zu sein. Lobet Gott in eurer Mitte, wenn zwei oder drei zusammenkommen. Also es geht hier jetzt gar nicht primär um das Gebäude, auch wenn wir uns in einem Gebäude versammeln, sondern es geht darum, dass Gläubige zusammenkommen. Und dann hat Jesus gesagt, dann bin ich ganz besonders gegenwärtig. Und der Psalmschreiber, er lädt uns dazu ein und er sagt, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr im Heiligtum seid, wie das auch heute hier der Fall ist, dann lobet Gott von ganzem Herzen. Hier beginnt Anbetung in unserer Mitte, an dem Ort, wo Gott sein Reich baut, in seiner Gemeinde, da beginnt Anbetung. Und von hier aus muss es hinausgehen in alle Welt. Denn der Psalmschreiber, er bleibt auch nicht stehen, schon zur damaligen Zeit. Er sagt, lobet Gott in seinem Heiligtum und in der Feste seiner Macht. Hier ist von der Himmelsfeste die Rede vom Himmelsgewölbe. Überall, wo das Himmelsgewölbe ist und damit meint er ganz einfach die ganze Erde. Lobet Gott in seinem Heiligtum und überall auf der Welt. Wenn ihr da draußen seid, lobet ihn. Es geht los von seinem Heiligtum und es geht hinaus in alle Welt. Lobet Gott dort, wo ihr seid. Preist ihn, betet ihn an. Meine Frau und ich, wir waren vor einer Woche in Freiburg gewesen und sind da durch die Stadt gegangen und da gab es so einen Aussichtsturm auf einem Schlossberg, also so ein höherer Berg und da war noch mal ein Turm, der etwas über 30 Meter ist und wir sind da hochgewandert und dann auf den Berg gegangen, war ziemlich schön dort, hat man eine schöne Aussicht gehabt und dann auf den Turm. Ich habe ein Foto mitgebracht und da hat mir schon alles irgendwie so ein bisschen wehgetan, längere Wanderung, ging immer nur berghoch. Aber als man dann da oben ankam und man so einen Blick geworfen hat auf diese Stadt und nebendran beginnt der Schwarzwald, dann war die Müdigkeit irgendwie verflogen. Da hat man gar nicht mehr dran gedacht. Ich bin hochgekommen und habe diesen Blick gesehen und das Erste, was in mir vorging, war eine Anbetung. Und die erste Reaktion war, Herr, wie wunderbar bist du. Deine Schöpfung, deine Menschen, deine Natur, das, was du gemacht hast. Wie großartig bist du. Herr, wie wunderbar bist du. Es war so ein besonderer Ort der Anbetung. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn überall da, wo der Himmel zu sehen ist. In der Natur, zu Hause, dort, wo ihr seid. Lobet den Herrn. Ich möchte euch heute mal ein bisschen mit hineinnehmen, auch einen Teil dieser Predigt zu gestalten. Ich wollte heute mal eine Umfrage machen, die wir schon länger nicht gemacht haben, wo ihr über das Handy auch teilnehmen könnt. Und zwar würde ich gern mal von euch wissen, wo ist denn dein Lieblingsort außerhalb jetzt der Kirche, wo du Gott im Alltag anbetest. Geht mal auf die Seite menti.com und da könnt ihr den Code eingeben, 8050447. Und dort könnt ihr was hinschicken und dann wird das gleich angezeigt. Wo ist denn dein Lieblingsort, wo du Gott anbetest? Vielleicht können wir einander ja inspirieren. Ich habe meinen Lieblingsort schon mal aufgelistet. Da kann man das Ergebnis, denke ich, anzeigen. im Alltag, mein Balkon. Da bete ich Gott immer wieder an, da lobe ich den Herrn. Wenn ich so hinausschaue, wir haben so einen kleinen Blick über die Dächer von Gensingen hinweg vom Balkon aus und können so ein bisschen in die Ferne schauen. Oder wenn ich in den Sternenhimmel von dort aus schaue, dann bin ich oft da und bete in meinem Herzen Gott an. Wo ist denn dein Lieblingsort? Fantastisch. Da kommt ja schon einiges zusammen. Auf dem Bosenberg, im Zimmer, am See, am Wehr hier in Gensingen, das ist auch toll, in den Weinbergen. Bitte? Im Auto. Ja, genau. Da kann man Gott anbeten. Das ist wirklich Anbetung unter der Himmelsfeste, in der Feste seiner Macht. Überall, wo wir sind. Hey, schaut mal. Unser Vater, er schaut vom Himmel herab und er sieht heute Morgen um 10 Uhr hier in Gensingen, da versammeln sich meine Kinder und loben mich und alle, die zu Hause sind, und auch im Alltag an unterschiedlichen Orten. Der Herr schaut vom Himmel und er sieht seine Kinder. Der eine lobt ihm am Wehr, der andere auf seinem Balkon, der andere im Zimmer, hier im Auto und wir beten unseren Schöpfer an. Das ist das höchste Ziel, was wir auf dieser Erde erreichen können, etwas zu sein, wo das Gott groß macht. Er hat uns gerettet, so sagt uns die Bibel, damit wir etwas sind, zum Lob seiner Herrlichkeit, dass Gott in allem, in allem gepriesen wird. Da kommen so viele Punkte zusammen. Fantastisch. Also vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gelesen. Ich habe nur ein paar genannt. Und das ist genau das, was dieser Psalm sagt. Lobet Gott. Lobet ihn dort, wo ihr seid. Wir sind Gottes Kinder. In unserer Mitte wird sein Reich gebaut. Wir loben ihn besonders hier, wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen und wenn wir da draußen unterwegs sind. weiter sagt der Psalmschreiber als nächstes, wofür wir Gott loben sollen. Lobet ihn für seine Taten und lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Wir loben ihn zum einen für das, was er tut und zum zweiten loben wir ihn für das, was er ist. Und einfach nur, weil er so ist, wie er ist, loben wir ihn. Wir loben ihn für das, was er tut. Gewaltiges hat der Herr in unserem Leben getan. Wenn ich daran denke, wie ich früher war oder wie viele Menschen leben. Hey, die Corona-Krise im Moment, die führt dazu, dass viele Menschen riesige Ängste haben, weil sie einfach auch keine Antwort darauf haben. Wie geht es denn weiter? Ich kann mit Gott ruhig sein. Weil ich weiß, mein Leben ist in seiner Hand und ich habe die Antwort darauf, wie es weitergeht. Ich brauche keine Angst zu haben. Das ist, weil er mich gerettet hat, weil er mich so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit ich Leben, Hoffnung und Perspektive haben kann. Was ist das für ein gewaltiger Gott, der so Großes an mir getan hat? Großes hat er an mir getan. Er hat mein Leben neu gemacht. Was wäre ich für ein Mensch ohne ihn? Und was hat er alles in mich hineingelegt? Nun kann man ja sagen, ja, aber oft fühle ich mich nicht danach, Gott zu loben, für seine Taten. Weil mein Leben jetzt im Moment eben nicht so ist, wie ich mir das gerne wünsche, weil es mir nicht so gut geht. Was ist denn dann? Die Psalme, sie laden uns dazu ein, Gott zu loben und zu preisen und zwar unabhängig von der Situation, in der wir sind. Und das wird dann besonders deutlich, wenn wir uns den Klagepsalmen widmen. Das sind Psalme, wo die Autoren ihr Herz ausschütten. Dann gibt es nationale Klagepsalme, wo das ganze Volk Israel sein Herz ausschüttet und hat einzelne Klagepsalme, wo einzelne Autoren ihr Herz ausschütten vor Gott. Und dann gibt es den Psalm 59. Das ist einer dieser Klagepsalme. Das Besondere bei diesen Klagepsalmen ist, dass die immer wieder in einem Lob enden. Im Psalm 59, den ich jetzt erwähnt habe, da klagt David vor Gott. Und er sagt, Herr, ich werde bedrängt. Die Feinde, sie stehen vor der Tür und bald ist es vorbei mit mir. Herr, ich habe Angst. Und was David dann sagt, Herr, wach auf. Er wache, das sagt er im Vers 6, meine ich. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Genau. Zweimal ruft er, befreie mich, befreie mich. In Vers 2 und Vers 3 und im Vers 6 sagt der Herr, wach auf. Warum sagt er das denn? Ja, weil er im Moment das Gefühl hat, dass Gott überhaupt nicht da ist. Er betet, keine Antwort. Die Feinde, sie stehen vor der Tür. Er hat Todesangst und es kommt ihm so vor, als würde Gott schlafen. Und er ruft zum Herrn, sagt, Herr, wach auf in meiner Situation. Befreie mich vor den Problemen, die ich habe. Aber in derselben Situation endet er diese Klage und dieses Gebet mit folgenden Worten. Ich möchte dazu Vers 17 und 18 aus dem Psalm 59 lesen. Doch ich will singen von deiner Macht, frühmorgens deine Güte rühmen, denn du bist eine Burg für mich, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Dir, meine Stärke, spiele ich mein Lied. Ja, Gott ist meine sichere Burg, ein Gott, der mir Gnade gewährt. Der ist immer noch in der gleichen Situation, dieser David. Und er sagt, ich singe dir ein Lied. Ich lobe und preise dich, weil ich weiß, du lässt mich nicht im Stich. Du lässt mich nicht fallen. Du bist meine Burg, die mich schützt. Du bist der, der für mich da ist. Du bist der, der mich nie enttäuscht hat. Und deshalb kann ich auch in diesem Moment, in dem ich bin, in dem alles vor Angst zerrüttet ist, kann ich dich loben und preisen, weil ich weiß, du wirst mich nicht enttäuschen, Herr. Die Psalme, sie laden uns dazu ein, Gott zu loben und zu preisen, ihn anzubeten, egal wie unsere Situation ist. Egal. Gott ist da und das verändert ihn nicht. Und David weiß genau, manchmal gehe ich durch ein finsteres Tal, aber eins weiß ich, du bist bei mir und du wirst mich trösten und du wirst mich tragen und hindurch begleiten, bis ich wieder auf saftige Wiesen komme. Dieses Vertrauen in Gott ist fantastisch. Und im Psalm 150, da wird genau, genauso gesagt, lobet ihn für seine Taten, für das, was er tut, unabhängig von deiner Situation, aber lobet ihn auch in seiner großen Herrlichkeit. Wie wunderbar, großartig und weise ist der Herr. Alles hat er wunderbar gemacht. Wenn wir in die Natur hinausschauen, in seine Schöpfung, dann kommen wir ins Staunen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie Forscher begeistert sind von dem, was sie erforschen in der Natur. Da gab es jetzt irgendwie so ein Missionsschiff, das ist in die Antarktis gefahren, um einiges da zu erforschen und die sind auch alle am Staunen, was sie da entdecken. Und man sagt, da ist eigentlich gar kein Leben. Die Staunen. Die Schöpfung, sie ist voller Wunder. Wir müssen nur einmal anschauen, wie wir als Menschen gemacht sind. Wunderbar hat Gott uns gemacht. Hey, schaut euch mal eine einzige Zelle unseres Körpers ein. Was für ein Wunderwerk. Wie erstaunlich eine einzelne Zelle ist. Fantastisch. Mit irgendwelchen Fabriken, die da drin alles Mögliche machen. Mit einem Zellkern, wo die ganze DNA ist. Allein die DNA. Es ist ein Wunderwerk. Was wir menschlich niemals irgendwie schaffen können. Künstlich. Und das ist eine Zelle unseres Körpers. Wie sind unsere Organe aufeinander abgestimmt und aufgebaut. Abermillionen von Zellen, die wir in unserem Körper haben und alles harmoniert. Ein Wunderwerk. Der Körper eines Menschen, der Körper jedes Lebewesens. Alles, was da draußen ist. Und wie ist das entstanden? Ja, Millionen? Nein, die Bibel sagt und Gott sprach. Das Wasser wimmelte von Tieren und alles war voll. Voller Wunder. Und wir staunen und wir müssten Millionen Jahre wahrscheinlich darüber nachdenken und würden lange nicht so etwas erschaffen können, was Gott mit einem Wort erschafft. und ich finde es immer wieder traurig, dass es so viele Forscher gibt, die da draußen sind und die staunen über die Welt und über die Erde und dann sagen sie, wie erstaunlich ist das und das und das gemacht. Was hat Mutter Natur hier geschaffen? Und ich so, der Zufall hat es so gewollt. Was? Da nimmt man Gott die Ehre. Das ist eigentlich die höchste Form der Gotteslästerung, dass man sagt, das, was wir hier alles sehen, ist von Mutter Natur geschaffen, hat die Welt von sich aus gemacht. Wir nehmen dem Schöpfer dieser Welt die Ehre, weil er alles gemacht hat. Er ist derjenige, der alles geschaffen hat und zwar nicht über einen Millionen Jahre Prozess, mit einem Wort. Zack, es werde Licht. Bam! Und es ist wahrlich. Das Wasser wimmel von Tieren und bam! Was für eine Vielfalt an Geschöpfen. Wir haben noch lange nicht alle entdeckt wahrscheinlich. An Land wachsen Bäume und Pflanzen. Bam! Was für ein Wunderwerk, die Pflanzenwelt. Unfassbar. Wie die Leute anfangen zu staunen. Vor kurzem gelesen über einen, der Bäume erforscht hat und er sagt, wir wissen gar nicht, wie komplex die Natur, die Wälder sind, in denen wir leben. Bäume kommunizieren miteinander, warnen sich gegenseitig und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz komplexes Geflecht. Wir sind erst dabei, die Dinge zu entdecken, die Wunder, die dahinter stehen. Gott hat ein Wort ausgesprochen und es ist entstanden. Wie großartig ist dieser Herr. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Macht den Schöpfer dieser Welt groß. Sagt da draußen, wer das alles gemacht hat. Zeigt es der Welt und sagt ihnen, hier ist ein Schöpfer, einer, der sich alles erdacht hat und der alles geschaffen hat und der dich so sehr liebt, der dich gemacht hat, so wie du bist und der dich wollte. Lobet Gott in seiner großen Herrlichkeit und zwar unabhängig von unserer Situation. Und im Psalm 104, da lesen wir auch davon, es ist vielleicht der Psalm, der da auf ganz besondere Art und Weise die Schöpfung Gottes lobt. Ich glaube, Matthias Hartmann hat vor kurzem auch darüber in der Einleitung gepredigt. Und im Psalm 104, Vers 24, da lesen wir, wie zahlreich sind deine Werke, Jahwe. Du hast alles mit Weisheit gemacht. Von deinen Geschöpfen ist die Erde erfüllt. Da wird einiges aufgelistet und dann sagt der Psalm Schreiber, wie wunderbar ist deine Schöpfung, Herr. Wie zahlreich. Gar nicht zu erfassen. Herr, hast du alles gemacht. Wie wunderbar bist du. Wenn deine Schöpfung schon so großartig ist, wie großartig musst du erst sein. Wenn die Schöpfung nur ein Abglanz deiner Herrlichkeit ist. Fantastisch. Dann geht es aber in dem Psalm auch weiter. Da wird auch gesagt, wie soll ich Gott loben? Und da wird gesagt, lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Hafen, mit Pauken und mit Reigen, mit Seiten und mit Pfeifen, mit unterschiedlichen Zimbeln. Lobet den Herrn. Nutzt das, was ihr habt, damit Anbetung großartig ist. Er spricht auch vom Heiligtum und im Heiligtum war das so, im Tempel, da gab es extra den Job eines Vorsängers und die Leviten haben sich darum gekümmert, dass es eine großartige Anbetung auch gibt. Und was der Psalmschreiber hier macht, ist, dass er sagt, hey, nehmt das Beste, was ihr habt und lobt Gott. Lobt Gott mit dem Besten, was ihr habt und was ihr könnt. Dass es einfach großartig ist. Dass Gott gepriesen wird. Martin Luther, der Reformator, der hat erkannt, was Musik bedeutet. Er hat gesagt, Musik ist eine Gabe Gottes. Sie vertreibt den Teufel und macht den Menschen fröhlich. und er hat einen ganz, ganz großen Wert darauf gelegt und in der Reformation war Musik eigentlich so ein Kernthema der Reformation. Man hat plötzlich angefangen, diese alten lateinischen Lieder umzudichten in deutsche Lieder. Man hat Glaubenslieder, Bekenntnisse und so weiter geschrieben und man hat eigentlich die Reformation daran erkannt, dass immer wieder großartige Lieder gesungen wurden. Martin Luther, er hatte ein Team sogar, das sich speziell um die Lieder gekümmert hat, das geschaut hat, dass großartige Musik dargeboten wird im Gottesdienst und er hat etwas gemacht, was heute bei ganz vielen Christen verpönt wäre. Er hat einfach die besten weltlichen Lieder genommen, hat ihm geistliche Texte gegeben und ihm im Gottesdienst gesungen, weil er einfach wusste, im Gottesdienst muss das Beste vom Besten kommen. Das Beste vom Besten. Ihm war es einfach wichtig, dass wenn die Gemeinde zusammenkommt, um Gott anzubeten, dass jeder alles versteht, dass ordentliche Texte dabei sind und das Beste, was wir an Musik aufbieten können, dass das dargeboten wird und das hat er auch versucht, immer wieder zu leben. Musik ist ein Ausdruck unserer Seele und Musik ist dazu da, um Gefühle irgendwie zu verstärken. Ja und ich kann mit Luther mitgehen, ich sehe Musik auch als eine Gabe Gottes. Das ist irgendetwas, was Gott uns Menschen gegeben hat, was etwas mit uns macht. Und wenn es darum geht, dass wir Gott anbeten, dann kann es unsere Gefühle, das, was wir damit ausdrücken wollen, verstärken. Genauso, wenn du traurig bist oder wenn du verliebt bist, dann hörst du diese Lieder, wenn du traurig bist, dann hörst du diese Lieder und es verstärkt einfach die Gefühle. Aber genauso kann es in der Anbetung dieses, dass wir Gott loben wollen, einfach verstärken und unterstreichen. Und da ist es Gott einfach wert, dass wir unser Bestes geben. Und dass wir wirklich, wenn wir zusammen sind, dass wir sagen, hey, wir wollen da möglichst gut sein, das haben wir dann im August auch besprochen, dass wir uns da wirklich nochmal weiterentwickeln und weiterentwickeln und immer mehr daran arbeiten, das Beste, was wir haben, einfach zu geben. Und wenn alle mit dabei sind und alle in ihrem Herzen mit einstimmen können, wie großartig ist das, wenn wir dann gemeinsam Gott hier mit dem Besten, was wir haben, mit einer tollen Musik begleitet, Gott anbeten und loben können. Man kann es nicht nur in Musik, man kann es auch in Worten, auch im Gebet kann man Gott loben, aber hier spricht der Psalmschreiber ja nicht umsonst von Instrumenten, weil er genau weiß, das von Musik begleitet, das irgendwie Menschen packt und Menschen eingestimmt werden, um Gott am Ende zu loben und Gott groß zu machen. Und das beginnt in unseren Herzen und das beginnt darin, dass wir einen schönen Rahmen schaffen und dass wir Gott wirklich mit allem, was wir sind, anbeten und zwar ohne uns irgendwie rechts und links ablenken zu lassen. Ich denke da an einen besonderen Moment in meinem Leben, da war in der Bibelschule, gab es so ein Fußballturnier, da spielen die Bibelschulen gegeneinander, das gibt es schon seit ganz vielen Jahren und die Bibelschule, in der ich war, die hat das Turnier gewonnen und dann wurde das Turnier auch in der Bibelschule, in der ich war, ausgetragen und dann kamen Bibelschüler aus ganz Deutschland zusammen, aus unterschiedlichen Bibelschulen um die vier bis sechshundert, ich weiß es gar nicht mehr genau, eine größere Anzahl. Ich sollte dann auch dort ein Wort weitergeben. Abends gab es dann so eine Veranstaltung an Betung und dann habe ich auch an dieser Abendveranstaltung dann ein Wort weitergegeben vor diesen vier bis sechshundert Bibelschülern und dann gab es aber auch davor eine Zeit der Anbetung, da haben wir gemeinsam Lieder gesungen. Und ich bin dabei und ich singe diese Lieder, ich lobe Gott, auf einmal sehe ich so links von mir, da hat sich so einer, kenne ich nicht, aus einer anderen Bibelschule mit langen Haaren, so Treadlocks, also so einzelne Locken lang gemacht, der hat sich da so dreimal drei Meter frei gemacht und hat voll getanzt, wie so dieses brasilianischen Tanz hat er da aufgeführt. und ich habe gemerkt, das holt mich jetzt irgendwie raus. Ich habe gesagt, okay Arthur, guck nach vorne, das ist jetzt eine Sache zwischen dir und Gott. Anbetung ist etwas zwischen mir und Gott, wo ich von ganzem Herzen dabei bin. Aber ich habe in diesem Moment festgestellt, wie schnell lasse ich mich ablenken. Ach ja, das Lied gefällt mir nicht so sehr, das Instrument hat jetzt aber den Ton nicht getroffen oder hier wird der Ton vom Sänger nicht getroffen und wie schnell wird Musik oder wie schnell wird Anbetung für uns einfach Musik? Wie schnell lassen wir uns ablenken von den Sorgen des Alltags, von dem, wie benimmt sich der denn jetzt neben mir und dann verfliegt eigentlich das Ziel, das man damit hat, komplett. Hätte ich jetzt in diesem Moment auf diesen jungen Mann geschaut und hätte mich naja, vielleicht auch geärgert darüber, das ist ja jetzt nicht angebracht oder was auch immer, dann hätte ich eigentlich das Ziel von Anbetung in diesem Moment verfehlt, weil es eine Sache zwischen mir und Gott ist, die ich ernst nehme, wo ich mich auf mein Herz konzentriere und auf meinen Herrn, um ihn groß zu machen. und das ist mein Anliegen für uns alle, dass wenn wir Gott anbeten, dass wir merken, dass das eine ganz intime Sache zwischen mir und meinem Schöpfer ist. Ich mache ihn groß und wenn ich das tue, will ich mich nicht ablenken lassen durch irgendetwas und dann will ich nicht aufhören zu singen, weil ich jetzt, weil ich ein Lied nicht so gut kenne oder was auch immer. Also die Lieder, die wir haben, die sind eigentlich immer von ihrer Theologie her lupenrein in der Regel. Und das, was gesagt wird, dann lasst uns doch nicht ablenken. Es geht um Gott und es geht um mich. Ich will Gott groß machen. Das ist Anbetung. Das ist das Ziel der Anbetung. Wir geben unser Bestes und wir machen unseren Herrn groß in unserem Herzen. Wie sollen wir Gott anbeten? Mit allem, was wir sind, mit dem Besten, was wir haben, sollen wir Gott groß machen und da wirklich von ganzem Herzen dabei sein? Und am Ende beantwortet der Psalmschreiber auch noch die große Frage, wer soll Gott anbeten? Und er sagt, alles, was Odem hat, alles, was Lebensodem hat, alles, was Gott in dieser Welt mit Leben gefüllt hat, sowohl Menschen als auch Tiere, was auch immer damit zusammengefasst wird. In Psalm 148 können wir davon lesen. Ich möchte mal lesen, Psalm 148, die Verse 7 bis 13. Lobt Jahwe auch von der Erde her, ihr Meeresriesen und gewaltige Tiefen, Feuer und Hagel, Nebel und Schnee, du Sturmwind, der sein Wort ausführt, ihr Berge und Hügel, Fruchtbäume und Zedern, also er nimmt die ganze Schöpfung mit in diesen Lob hinein, ihr wilden Tiere und Weidenvieh, ihr Vögel und alles Gewürm, ihr Könige der Erde und ihr Völker alle, ihr Oberen und ihr Richter der Welt, ihr jungen Männer und Frauen, ihr Alten mit den Jungen. Loben sollen sie den Namen Javes, denn nur sein Name ist erhöht über alle Himmel und Erde, ragt sein Ruhm. Alle werden eingeladen, die ganze Schöpfung und die Tierwelt, sie tut es von sich aus schon, sie lobt ihren Schöpfer und wir können nur staunen, wenn wir in die Schöpfung hineinsehen und sagen, jawohl, der Vogel zwitschert und er lobt eigentlich damit seinen Schöpfer und zeigt, wie großartig sein Herr ist und genauso sollen wir Menschen das tun, jung und alt. Wir sollen alle in diesen Lob einstimmen, in diese Anbetung einstimmen. Er ist recht, wir als seine Gemeinde. Von uns aus, aus dem Heiligtum, entspringt der Lob und er geht in alle Welt und wir sind eingeladen, ein Teil dieser Anbetung zu sein und uns auf das zu konzentrieren, was der Herr Großes getan hat. Am Ende des Psalmes wird dann nochmal gesagt, lobe den Herrn, Halleluja. Das Wort Halleluja ist nochmal eine Doppelung. Es besagt aus, lobe Yahweh, ja ist eine Kurzform von Yahweh, vom Gottesnamen, lobe den Herrn und in der Anbetung sind wir als Christen eins. Das ist so dieses eine Thema, was uns alle miteinander vereint. Manchmal haben wir so theologische Streitfragen, die wir untereinander ausdiskutieren, aber in der Anbetung ist unsere Stimme gemeinsam gleich, wenn wir unseren Gott anrufen. Ich glaube, das Wort Halleluja, das ist in jeder Sprache der Welt immer gleich übersetzt. Das hat man direkt aus dem Hebräischen übernommen. Halleluja. Wenn man in Russland ist, wird es auch so ausgesprochen oder in anderen Ländern in Amerika hörst du immer Halleluja. Wenn du in der Gemeinde bist, dann kannst du wahrscheinlich gar nichts verstehen, aber das Wort Halleluja wirst du verstehen, weil das in allen Sprachen irgendwie übernommen worden ist. Und da sind wir eins. Da sind wir eine Einheit. Wir als Kinder Gottes, wir loben unseren Herrn und wir beten ihn an. Und das sollten wir jetzt hier in diesem Leben schon tun. Und in der Ewigkeit wird es einmal das große Halleluja geben, wenn wir gemeinsam in einer unzählbaren Schar unseren Herrn und Retter loben werden. Und dann werden wir richtig erleben, was Anbetung bedeutet. Lasst uns heute schon anfangen damit und unser Herz darauf einstimmen, in eine echte Anbetung unseres Herrn, weil er es wert ist. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020